Das sieht nur noch aus. Aber auch da passiert nichts. Ja, das passiert nichts. Nur nicht runterschmeißen, das passiert dann nicht. Das dann haltet sich nicht. So, ab und zu. Das sind die Karakara und die Yara. Und die sind wieder in der Nähe. Und die sind langsam zum Schluss von unserer heutigen Nachmittag-Vorführung. Beholfen Sie mir mit einem Plus-Eindruck von 13. Das kommt mir rein. Wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Ausflussplatz. Und wir lassen sich wieder in die Küche. Dankeschön und auf Wiedersehen. Copy, copy.